Wer warst du, bevor du hier reingekommen bist, Porthos? Du beobachtest ständig den Raum. Du beobachtest einfach alles. Du willst wissen, was ich früher gemacht hab? Ja. Ich sag's dir, aber dafür brauch ich noch einen Gefallen. Vergiss es. Gut, daneben nicht. In Ordnung, bin ganz uhr. Welcher Gefallen ist es diesmal? Ich brauch ein Stück Metall, ungefähr drei Zoll breit. Und glatte Oberfläche. Oh, kein Problem. Ich fahr schnell zum Baumarkt und komm gleich wieder, okay?